Hi, 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 und welcome back to Portal 2. Wir sind inzwischen bei Part 13 angekommen. Oh nein, welche eine Unglückszahl. Hoffen wir mal, dass der Part uns mal nicht so viel Unglück gibt, wie in den letzten ganzen Parts. Egal. Im letzten Part sind wir an die Oberfläche zurückgekehrt. Wir sind an der Oberfläche zurückgekehrt, haben Readleys Tests gemacht. Wir sollen noch mehr Tests machen. Und wir sollen ihnen erst mal sagen, wann er anfangen soll, den Test aufzuzeichnen. Das werden wir nicht tun, deswegen legen wir los mit Test Number One. Wir brauchen den Würfel, den brauchen wir. Oh ja, den brauchen wir, den Wasser. Wir haben ein Peer gemacht. Gott. So. Dann. Dann. Ey. Danke. Und hier ein Portal. Und. Und wenn wir ganz oben sind. Hä? Achso. Achso. Geronimo. Wuuu. Ha. Äh. Äh. Wie ist das? Oh. Ah. Okay. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen, wir müssen das so zu regeln. Dann muss das mit blau sein. Und da hin. Die Tür ist offen. So. Ist das richtig für die Tür? Ah, nein. Da geht schon mal ein Ding runter. Und zwar müssen wir jetzt erstmal hier hin. Ich mache mal ein Ding. Das ist heiß. Ich mache mal ein Ding. Ja. Ich mache mal ein Ding. Geronimo. Ja. Huiiii Ach man, komm! Oh, Junge! Ich will hier rein! Ich will hier rein! Au! Mein Arsch! Mein geiler Arsch! Äh, ich verstehe! Okay! Moment! So, jetzt haben wir den Laser hier aufgehalten! Äh... ... 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 Hey! Ich bin der Neue! Bisch! So! Moment, erstmal muss der hier weg Ah, komm schon Weg damit, bingo So, dann hier das Portal und da das Portal Dann geht der nämlich hier hoch und wir können hier hin Komm Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich fang an Oh, ich habe ganz vergessen Bescheid zu sagen Ich dachte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde Und ich glaube, er hat beschlossen Keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht zu erhalten Das ist eine durchaus schlechte Idee Vor allem, weil das Ding jeden Moment hochfliegen kann Aber sei es mal so Scheißen wir mal komplett drauf Ihr merkt, es wird immer spannender und lustiger Ach, meine schöne Anlage Ja, GLaDOS Queenie macht alles kaputt Interessiert mich nicht Wir... Wenn wir fertig sind Sind wir eh hier draußen Oh Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot Stand auf Selbstzerstörung Problem gelöst Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen Zwei Noch ein bis zwei davon Nur zum Spaß Warnung Kernüberhitzung Kernschmelze Er kann seinen Job behalten Ich bin ja kein Monster Hör einfach nicht hin und teste weiter Habt ihr gehört, was die Stimme gesagt hat? Kernschmelzung Was? Och ne Der Test Der ist schwul Moment Wie ging denn nochmal? Wann mal Wie man das so macht? Ah Okay Dann Dadurch So Dann müssen wir erstmal hier durch Komm her Wenn wir Springen Oh Oh Geschafft So Und dann Muss das Blaue wieder hier hin Weil wir durch sind Muss das Grund treffen Versetzt Nein Oh Ich musste das Blaue nur Einen Zentimeter versetzen Das ist das Was ich an dieser Ähm Ja An diesem Testbereich Hast du Du hast nur Wenn du Was? Cool Cool So Jetzt aber Versetzen Wow Das war klar So Und jetzt musst du Irgendwie Wohin Hier Nein So Und dann Wieder Dahin Haha Okay So Was passiert Wenn ich jetzt hier drauf rücke Wo kommt der Typ raus Ähm Okay Er muss Da Hin Fahren So Ist das richtig Yes Jackpot Ach nein 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 Jetzt weiß ich was ich machen muss So Moment Du hier hin Dann Du dahin Dann fährst du weiter bis du dahin So So Dann muss ich nämlich jetzt hier rüber Thank you So So Hehehe Da hin Und Da hin Und Da hin Geh, 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 geh Geh, 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 geh Wupp Wuppa Lass mich hier durch... Au! Nein, ich hab Würfel Wow, das wird dann weg Ähm Würfel muss jetzt Ooooooh Da... So Das heißt Ich muss wieder... Nein, 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 nein Ha! Ha! Nein! Wir können doch da rüber gehen genau so war das wenn er nämlich jetzt hier rüber ist dann machen wir nämlich da das portal hin so und wir gehen erst mal jetzt hier rüber dann legen wir den Q-Bus so hin und total und total NEIN NEIN ja das sind immer so diese Sekunden die man nicht abwarten kann und dann ähm geht das nicht anders sooo dann machen wir das wieder sooo und sooo lalalalala lalalalala oh keine ahnung was ist mit mir los so viel rülpsen musste ich doch nie sooo zack dann der Würfel zack dann muss ich nämlich jetzt hier rüber Bleum Bleum und Cheon kann man das machen ja und jetzt muss der da hin nein ein bisschen höher ja oder doch ähm nein echt jetzt äh 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 nein das ist doch behindert sooo jetzt muss der nämlich unter das Fenster so nein aah schon wieder falsch gemacht so der muss jetzt wieder dahin fallen auch gottchen auch gottchen auch gottchen auch gottchen auch gottchen so dann nur da ein Vorteil ein und JUMP so dann muss der Würfel wieder nach hin so so da ein Portal und da ein Portal und dann bewegt sich das so Portal da ein Portal und hier ein Portal dann gehen wir hier rüber dann kommt das da hin und dann da hin da rein da rein da rein und der Würfel durch nach hinten da 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 so einfach ist das so einfach ist das ok immer noch nichts und tut mir leid der Fahrstuhl funktioniert nicht er ist geschmocken so jetzt müssen wir hier nach ich kann dir eine Führung anbieten zu linken siehst du irgendwelche Lichter keine Ahnung wozu die gut sind sind aber sehr beeindruckend oh 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 nein 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 das ist gar nicht gut wie konnte ich das für ne gute Idee halten kann ich ihn angesichts dessen was er mit der Anlage gemacht hat nach der Übernahme töten ja sicher ich helfe dir sogar dabei ich nehm 1 denn die Schrauben aus ihm raus Und jump! Nein! Wow, das war cool. Das war knachhaft. Wir haben aber trotzdem überlebt. Und weiter geht's. Apturesinces. Einen Moment. Ich habe hier gerade die Kacke am Dampfen. So, weiter geht's. Du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor für dich, Lukas. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Jetzt können wir hier Peabody sehen. Da! Da ist Peabody! Bing! Er ist weggelaufen. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Wir sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft? Freut euch schon mal drauf. Eine Überraschung! Was könnte das denn wohl sein? Wir sind gespannt! Freut ihr euch auf die Überraschung? Ich! Ja! Ich bin voller Begeisterung! Ja! So, jetzt müssen wir hier machen einen Test. Also, wie machen wir einen Test? Da Türen! Hier nichts sein! Was machen wir uns kaputt? So, jetzt gibt es aber Losungen. Wir möchten erst wieder rüber. Oh, der Portal ist wieder weg! So! Wir müssen hier rüber! Ähm! Was macht Knopf? Knopf macht das! Okay! Was macht Knopf? Hier? Knopf! Wir machen! Farbe und Rampe! Okay! Okay! Wir brauchen ein Gewicht! Das ist hier diese Schnellmachfarbe! Okay! Wir machen nämlich jetzt erstmal den hier und... Und... Äh... Den hier und... Und... So! Und jetzt? Ähm! Hallo? Wo? Ach nein! Oh! Blöd! Öde! So! Jetzt fliegt der... Oh! So! Jetzt müsste der rausfliegen! Richtig! Und... Er landet zu uns! So! Jetzt haben wir ihn hier! Und jetzt kann dieser kleine Pesser hier bleiben! Nein! Nicht bewegen! Ich hab dich im Auge! Nämlich muss der nämlich jetzt hier hin! Und... Zwaaaaaa! hic weinen! Und zwar... äh... Lüüüüüüüüüü Series Ыh... Wie war das nochmal? Nein! Wie war das nochmal? Nein! 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 сh! hier hin. Ah, gar nicht. Und hier hin, Bruder. Ein bisschen chillig da am Liegen. Denn hier müssen wir nämlich jetzt diese diesen Knopf immer an und aus machen, damit wir hier alles schön bedecken können. Mit Farbe! Und wieder drauf. Jetzt müssen wir wieder warten, bis Farbe kommt. Und drauf. Farbe. Drauf. Dann müssen wir dahin. Dahin. Gut, wir brauchen dich. Komm her. Ach. Junge. Bleib. Och, Junge. So. Dann muss dein Portal hin. Portal hin. Oder nein. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Nein, doch. Ist richtig. Ist richtig. Ist doch richtig. So, jetzt musst du da, genau, und jetzt gehen wir mit Highspeed da drauf. Geronimo, ah, bluh. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis ihr den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke, verstanden. Ja. Tödlich innen! Nö, 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 nö! Weiter geht's! Wieder mit dem Errorscreen! Oh, diesmal nach oben! Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wird. Oh. Oh, wow! Entschuldigung, ich meine, bitte! Toll, mach! In jedem Fall glaube ich, werden uns töten. Mach weiter! Ja, mache ich. Du machst hier alles kaputt. So nach drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Ah, ich wurde von einem Turm getötet. Ah! Naja, das geht nicht. Äh, Dummheit. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Ja, wir haben verkackt und im nächsten Teil geht's weiter. Wir sind gleich jeden Moment bei Wheatley angekommen. Hoho, das dauert nicht mehr lang. Aber warum, ach, warum, sag ich schon, wie wir da hinkommen. Das erfahrt ihr wieder nächste Woche. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir es diese Woche noch packen. Aber nein! Ich verabschiede mich hier mit diesem netten Blue Screen. Error. Gut. Press any key. Bis nächste Woche. Haut rein und tschüss! Abonnieren, liken, teilen, nicht vergessen, wenn ihr wollt. Bye!